Was haben wir hier noch drin? Ananas-Gummi. Brauchen wir auch nicht. Okay. Der hat uns erwischt. Ich glaube, wir haben den richtigen Weg genommen. Aua. Ah, sie heilt so viel, ne? Die hat kaum noch TP über. Naja, Notfall. Ich muss mal gucken, dass wir jetzt hier immer so TP-Essen herstellen. Wir haben so selten gekocht. Patty hat auch ein höheres Level, wobei ich glaube, wir haben hier häufiger gekocht als in den anderen Teilen. Ähm, KP... TP, Sorbet. Gefrorenes, erfrischendes Dessert aus Fruchtsaft. Stellt einige TP wieder her. So, kann definitiv nicht schaden, hätte ich gesagt. Und dem laufen wir jetzt einfach mal ganz dreist vorbei. Links oder rechts? Ich entscheide mich einfach mal für den Weg links. Ja, wir sind richtig gelaufen, ich glaube es nicht. Schöne, Leute. Komm schon, alter Mann. Ja, wir müssen zurückkommen, wenn wir fertig sind. Er ist tot. Wer kommt. Person? Hier? Du? Duke? Er ist nicht so, wie normalerweise. Vielen Dank für den Weg, Yuri! Warum bist du derjenige ihn? Was machst du hier? Wir haben gehört, dass es eine Antelikea gibt. Wir haben ihn gefragt, um einen Geist zu werden. Ein Geist? Ein Geist, der aus der Reinkarnationen eine Antelikea durch eine Apatheia kommt. Wir können uns das Problem lösen, komplett mit dem Geist der Geist. Mit dem Geist der Luft in die Mana. Ich verstehe. Das ist der Grund. Duke? Reinkarnation. Geist der Luft. Du versuchst die Welt selbst. Alles um ein Problem, das die Menschen selbst gebracht haben. Such Arroganz. Aber wenn wir nicht das Problem der Luft, die Arifagos zerstören den Welt. Beleus begann. Sie wurde ein Geist. Sie wurde ein Geist. Und er hat uns seine Macht. Pharoah auch. Er wurde wiedergeboren als Efreit. Der richtige Form der Terka-Lumeräse ist eine, in der alle Dinge leben, wie die Entelikea, leben. Sie verstehen das auch. Aber was mit Geist? Er versucht, die Luft zu kontrollieren. Aber dann hat er zu viel gemacht und wurde wirklich gefährlich. Er ist gefährlich. Ja. Ich will nicht denken, was hätte passieren können, wenn wir ihn nicht wiedergültigen als Gnome haben. Wahrscheinlich. Menschen in Entelikea können einen Weg finden, um diese Grenzen zu leben. Und so, ich kann es nicht akzeptieren. Ich werde diese Welt schützen. Du hast das schon gesagt. Also, wie planst du die Welt zu schützen? Ich werde nicht interferieren mit dir. Also, nicht interferieren mit mir. Das ist schön. Das ist eine, die größte Spring der Welt. Die Zeit ist eine der größten Springer. Darf es auszicht, eine der größten Springer zu tun. Entschuldigung, dass es nicht zu fragen ist. Hey! Er ist Hi! Er ist vorbei! Er ist gut! Hehehe Ok, so, hier wird erstmal gespeichert Ähm, ein Schallbeil, auch nochmal für Repeat Die Klinge kann durch Lüfte und Schall schneiden Durch die Leichtigkeit ist es schwer zu handhaben Ist das besser als die Waffe, die Repeat gerade hat? Da kann er aber auch noch Ja Dann bleiben wir direkt dabei Weil jetzt noch zwei Waffen zu trainieren In Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so sinnig ist Boah, die Viecher hier, ne, die halten ganz schön was aus Aber gut, die sind ja auch richtig fett gepanzert hier Wunderbar The Sign of Victory Dann haben wir das jetzt auch schon wieder Und weiter geht's runter Duke kommt mir auch irgendwie komisch vor Duke möchte die Welt retten Aber er möchte sie auf seine eigene Art und Weise retten Und ich weiß es nicht Ich kann mich immer noch nicht so richtig entscheiden Ob der jetzt zu den Guten gehört oder zu den Bösen Also jetzt halt nicht zu der Bösen Fraktion, die wir bislang kennengelernt haben Sondern zu einer eigenen Bösen Fraktion Wo nur er böse ist Einzig und alleine Nur er allein Ich Ihr wisst, was ich meine So Oh, sehr schön Yuri hat auch wieder ein Level ab Was hat er denn jetzt für ein Level? 49 Nice to death Schon relativ weit hier Da ist noch so ein Vieh Noch eine Truhe Und schon wieder Spaltet sich der Weg auf Eine weitere Weggabelung Es ist nicht einfach, sich hier zurechtzufinden Autsch Autsch Okay 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 Ihr dürft jetzt nicht mehr so viel überhaben, ne? Also die haben nicht so viel ausgehalten, wie sie Also sie sehen aus, als ob sie mehr aushalten würden, als sie tun So Ähm Limitung Nein Ich gehe jetzt mal nach rechts weiter Und dann können wir jetzt nur nach unten Weil ich weiß nicht Es gibt irgendeine Variante, wie wir durch diese Büsche durchkommen Aber ich weiß nicht welche I don't know how I don't know why But you're my angel in the sky You are the light in my dark Ne, nicht in my dark In the dark Wer von euch kennt das Lied? Das ist von Base Hunter Der ist damals Es war in der Jugendzeit Mit Boten Anna ist er bekannt geworden Boten Anna und dann folgte Dota Und nein, nicht das Spiel Es war ein Lied Da ging es zwar um das Spiel, aber Ja, ja Die gute alte Zeit Ich fühle mich gerade wieder alt Der macht, glaube ich, auch gar nichts mehr Oh, wir sind richtig gelaufen Das sieht aus wie so der Eingang zu so einem Dark Ride In einem Freizeitpark oder sowas Finde ich komisch, dass ich solche Gedanken habe Schon irgendwie Sieht mega cool aus Oha Das ist jede Menge eher Das ist jede Menge Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.